Einfach ein bisschen ins Mikro ripsen, das ist doch immer Funnel. Warte bis Olaf bereit ist. Oh jetzt. Jetzt gehts. Start auf das erste Mal. Jetzt gehts oder wie? Ja. Moin. Hast du jetzt die Aufnahme wieder angeworfen? Ike? Was? Hast du dich wieder angeworfen? Wenn du nicht so nah am Mikro bist, verstehe ich dich besser. Ich bin nicht nah am Mikro. Doch, du bist lauter als vorher. Ob du die Aufnahme wieder angeworfen hast? Seit 40 Sekunden. Ui, hallo Youtube. Soll ich nur rannehmen? Hallo da draußen. Ich bin's wieder. Abonniert meinen Kanal. Findet ihr auf xDiscord. Ey Olaf. Also... Also... Das ist... Schwierig. Wieso wird das hier? Einfach weil... BAUF! 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 Also entweder gehen wir hier hin, hier hin, hier hin oder da. Okay. Ich suche aus... Okay. Wo ist meins? Dort da. Dahin. Wo? Die Farbe bist du? Ja. Nein. Genau. Ah. Eine Sounds... Äh... Äh... St... Damit man nicht alles im Hintergrund hört. Oder hast du rausgesprochen? Ja wieso? Wo springen wir überhaupt raus? Hallo? Ich auch nicht. Warum denn? Ich dachte wir steigen hier aus. Warum? Wir gehen jetzt hier hin. Was hab ich gesagt? Ey... Vier Leute in... Vier Leute in einem Haus? Ernsthaft? Äh... 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 Ey Leute, ich fliege gerade einfach stehen durch die Luft weil bei mir sich der Gleiter nicht erfolgt. Dann... Hast du ein Problem? Ein ganz mieses Problem. Yo! Wie viele kommen da hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Zehn, elf, zwölf. Da fliege ich ganz schnell. Gehen wir einfach zu DirtyDrocks. Nee... Äh... Benni, hier bin ich. Ich kenn das kleine Hütchen. Nein, bist du nicht. Ah... Da hab ich dir aber zuerst markiert. Willst du mich verarschen? Ich flieg hier schon seit... bis ich niemanden hin. Ich auch. Ich war erst da. Hast du mir grad die Waffe gestohlen? Was hast du jetzt davon? Jetzt wacke ich dich ab, die ganze Zeit rum. So? Ich lass dir nur ne Graue da. Hehehe... Nee... Wann benimmst du dich mal? Oh, das ist Kiste. Kiste aber... Ich kann dir gerne grüne Pistel abgeben, weil das war da drinnen. Oh... Ich weiß, die wollte ich auch sammeln. Ich hab zwei grüne Pistel, jetzt musst du warten. Da. Ja... Achso, und weil du's bist... Kriegst du die da hoch noch. Hehehe... So, wo sind wir jetzt verteilt? Wo ist Olaf? Wir treffen uns hier. Olaf ist am Popo der Welt. Ja... Ja... Wir treffen uns bei Dirty Dogs. Oder wie Olaf sagen würde, am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. Achso, Dirty Dogs. Okay. Mevin! 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 Hinter dir, Geckner! Nein! Doch! Au! Hä? Oh! Hahaha! Haste dich! Geckner! Für mich auch! Was für die Pistole? Hat sie auch diese komische Pistole? Welche? Welche komische Pistole oder? Das ist eine Einhandranone. Ich bin tot! Okay! Ich renn weg! Alles klar, Jay! Äh... Ich hab fast... Ich bin fast da... Komm zu mir, mein Freund! Da sind... Da hast du nur... Zwei... Ja... Und der hat mich... Instant Off-Life runter. Ja, okay. Weil er ne gute Pump hat. Was tut denn? Pump? Der hat mit ner Pump geschossen. Yo! Nein! Mit nem Scharfschützengewehr da unten. Der hat ne Sniper. Der hat unter Garantie ne Sniper. Hab ihn. Nice! Oh, danke! Was für ne Sniper hat der? Gold. Ne ne grüne. Dann hat er den... Krieg ich den? Dann hat er dir nen Headshot verpasst. Dann brauch ich den? Ein glatter Headshot. EIN! Das ist mein Schild! Das hab ich nie... Ich hab ihn nicht... Das ist meiner. Was hast du bekommen? Kann ich das mit, Kitab? Das repentiert... Dann geb ich dir das Script Kit, okay? Was denn? Das repentiert... Was ist das? Ja, genau. Die droppst du mir jetzt dahin? Was ist... Warte mal. Ähm... Was hast du dann aus dem Schild bekommen? Ich hab ihn getötet. One shot. Also geb er. Was hast du dann aus dem Schild bekommen? Ich habe eine grüne Repentiersmatter bekommen. Die legst du jetzt sofort wieder dahin. Ich will wissen, was du aus dem Schild bekommen hast. Streitet euch doch nicht. Kinder. Hier? Ihr Kinderlein, komm mit. Ich hau euch aufs Maul. Du bekommst den Copyright, pass auf. Florian, du all. Als ob mich sowas juckt. Ja. Tschüssi. Melvin, hier ist was drinnen für dich. Äh... Heilbar sogar. Oh ja. Zwei! Olaf, ich hab immer noch keine vernünftige Fernkampfwaffe, dank dir. Brauchst du nicht. Ähm... Wird überbewertet. Damit kann ich nicht umgehen. Hä? Es gibt nachher noch bestimmt mehr. Außerdem kannst du mit's einfach nicht gut umgehen, weil du immer nur auf dem Kopf ziehst. Du darfst nicht auf dem Kopf ziehen, nämlich reinziehen, wo der auch nicht hinlaufen kann. Da kommt er auf dem Kopf. Ich zieh' nicht auf dem Kopf. Wenn da kommt er auf dem Kopf zieht, dann trifft er auf. Also ich zieh' nicht auf dem Kopf, sorry. Nee, so nein. Wenn ich nicht tue. Manchmal zieh' ich auf dem Kopf, wenn ich Bock hab. Ach, wenn du Bock hast. Ja, dann will ich keinen Bock auf. Dann zieh' ich auf dem Kopf. Ach so. Wir sind gut in der Zone. Wir sind immer gut in der Zone. Wir sind immer gut in der Zone. Und der hittet mich. Nee, doch nicht. Wow. Schau mal. Oh, Scheiße. Wir haben die 82 gegeben. Wir sind da nicht verreckt. Hallo, komm schnell. Der ladt nach. Hallo. Melvin. Benni. Hallo, komm. Es schnurft schon wieder. Äh. Hallo, Benni. Melvin. Bist du auf dem Weg? Ja, jetzt chill doch mal. Ja. Mann. Schneider, hallo. Einstimmt. Ja. 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 Über uns. Ja. Ey, brech doch nicht ab. Heil weiter. Warte. Olaf lassen wir sterben. Nee, Melvin ist sozial. Nein, alles gut. Ich hätte Olaf auch nicht sterben müssen. Da guck, da hast du eine blaue Maschinenpistole. So wie ich es vor einem Projekt gesagt habe. Hui. Einmal durchlaufen. Ist es normal, dass man mit der hier One-Hit macht? Äh, was ist das für eine Farbe? Wer hat das hier? Grau. Grau. Er hat das hier, Olaf. Er hat so eine goldene. Er hat so eine goldene Salvensturmgewehr. Das ist jetzt meins. Das kriegst du nicht. Das brauche ich ja nicht. Aber diese Stein- Diese Stein-Stoß-Pistole. Mit der habe ich den Typen gewonnen hätte. Dank Olaf habe ich jetzt eine Aufgabe. Äh. Ja. Mir fehlen noch. Mir fehlen noch zwei. Noch zwei Kills. Mir fehlen noch. Äh. Vier. Also mir fehlen. Mir fehlen da noch zwei Kills. Mann, warum lag das denn so? Bei mir lag es aber auch. Bei mir auch ein bisschen. Das sag ich dir doch selber Probleme. So wie ich bei dir fängst. Das ist wieder meine Bambusleitung. Nee, das ist bei uns allen so. Nein, bei mir nicht. Okay. Ja, du. Du bist so ein Arsch. Du bist so ein Ausnahmefall. Keiner mag die Bambusleitung. Keiner mag die Bambusleitung. Deswegen kommst du gleich noch Probleme zu mir. Eigentlich heißt es, hast du mich mehr nur, wenn ich kein Problem bekomme. Ja, habe ich mir nur noch getan. Aber muss ja hier niemand wissen. Doch. Nein, muss doch. Du vielleicht. Ich schieße jetzt hier schon wieder. Keine Ahnung. Moin. Servus. Ähm, zur Hölle? Äh, ja. Wir haben eine Minute Zeit. Dann würde ich schon mal loslaufen, weil für die Minute kommen wir vielleicht überm Berg rüber. Ja, das schaffen wir schon. Ey Benni, du hörst dich an, als ob dein Mikro direkt am Mund ist. Echt? Dann meldet er sich normal an. So, ich habe eine blaue Schnipse. Ich habe eine goldene Salve. Ich habe eine lila Salve. Soll ich jetzt anfangen Latein zu reden? Nee. Nee, du lass mal stecken. Bam, 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 bam. Ach hier, äh, Olaf, ich habe noch zwei Minis, falls du willst. Ich habe vier Minis. Dann gib mal Olaf zwei ab. Weil mehr als zwei kannst du ja eh nicht trinken. Nur wenn er mir eine Sniper gibt. Ey Benni, mach nicht den 31er hier. Da drüben, hier in dem Ding ist eine Sniper. Hier. Wo? Da, wo ich es markiert habe. Genau da. Ja, Olaf, wo bist du denn dann gebe ich dir das Zeug, ne? Ja, ich bin auf dem Weg jetzt in die Zone. Zone is coming. He's coming home. He's coming home. He's coming home. He's coming home. Wir merken schon. Schon viel prohaftigere Leute sind schon am Start. Olaf, wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg zur Zone in 4-Ike. Ich loote noch schnell. Oh, ist noch Zeit. Juren? Ja, ich schaff das auch. Olaf, wolltest du jetzt die Minis? Jaja. Also, ich hab drei Medipacks. Falls jemand später braucht. Gibt's eigentlich noch diese... Gibt's noch Jump-Heads eigentlich? Nein. Boah. Da war's früher der klassische Typ, wenn er einfach kommt. Hier ist noch so ne Waffe. Kann ich nicht mehr tragen. Ich hab zu viele andere gute Waffe. Ne, aber ich nehm die mit. Was? Ich dürfe uns noch Kitzel mitmachen, ne? Eep. Ich guck mal, kann ich die... Scheiße, ich kann die nicht aufhören. Also, da hinten wurde geschossen. Melvin, passt auf. Okay. Da liegt was Goldenes. Was ist das? Phaserwaffe. Geschenk. Scheiße. Ey, Olaf, wo bist du denn? Wenn du wurde geschossen. Komm hier runter, Olaf. Und, was hast du bekommen? Das Golden Scar. Ja. Boah, du Arsch. Dafür liegt hier was. Ja, nimm's mal bitte mit oder werf's runter. Äh, ich kann's runterwerfen. Dann hau ich nämlich die drei Medis raus. Ey, hier sind zwei die... Äh, hier sind zwei die... ...schuldein hier. Noch. Kannst du schon wieder mitnehmen. Hier sind noch drei Medis, falls einer Platz hat. Ben, hast du gerade geschossen? Ja. Dann sag, dass du ausgesehen geschossen hast. Puh. Piu. 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 Ich weiß gar nicht, ob da hinten jemand ist. Ich kann's nicht erkennen. Piu. 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 wir sind direkt drin und verkämpfen wir uns hier enten gibt es ein fight mit laserschwerter und so da kommt da kommt eine riesen truppe an ja ja ist eher weniger befriedigend aber die töten sich schon gegenseitig es ist trotzdem das 3er team die viererteam ja ok gewonnen headshot gewonnen ja dort drinnen der wird jetzt wiedergebelebt fang drauf an wo du ach da hinten bist also da drin der wird jetzt wiederbelebt den ich gerade mit einem headshot down gemacht habe wo drin da wo ich markiert habe gut und verteidigt da gar nicht an das war schon so ziemlich sicher deine stone ich komme mit den nackern da drüben wird gebaut der andere ist tot ich habe keine munition mehr drei drei noch drei noch das kriegt man auch hin ne ich nicht hallo bei mir liegt was ist das ja ich bin tot wo bist du eigentlich schon wieder melden und ich sind beide nackt und wir werden gleich befinden von der zone die sagen aber man sieht es in der ausnahme dass es extremst lenken tut ich gehe zu dem hin und auf einmal aber guck mal das ist ein old school und dann habe ich Zu Lobby? Ja!